Sokrates oder das Ärgernis des Fragens Wer es unternimmt, über die philosophische Hintertreppe zu Sokrates hinaufzusteigen, dem kann es geschehen, dass ihm nicht dieser, sondern dessen Weib Xantippe die Tür öffnet. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, denn Sokrates ist viel unterwegs. Es hat aber auch von der Sache her gesehen seinen Sinn, denn wenn Sokrates unter den Philosophen berühmt ist, so nicht minder Xantippe unter den Philosophen Frauen. Nun mag man sagen, berühmt ist sie wegen ihres berühmten Gatten. Sicherlich, aber vielleicht ist es doch auch ein wenig umgekehrt. Vielleicht wäre auch Sokrates nicht Sokrates geworden, wenn er nicht Xantippe gehabt hätte. So wenigstens sieht es Nietzsche, der Philosoph mit dem psychologischen Spürsinn. Sokrates fand eine Frau, wie er sie brauchte. Tatsächlich trieb ihn Xantippe in seinen eigentümlichen Beruf immer mehr hinein. Ist das aber richtig? Wenn man den antiken Berichten glauben darf, tut Xantippe doch genau das Gegenteil. Sie bietet alles auf, um ihren Gatten gerade nicht zu seinem philosophischen Handwerk kommen zu lassen. Zu Hause macht sie ihm die Hölle heiß, und wenn er dann genug hat und sich mit seinen Freunden zu philosophischem Gespräch treffen will, ist sie es auch nicht zufrieden. Gelegentlich schüttet sie ihm aus dem Fenster einen Eimer mit schmutzigem Wasser über den Kopf oder sie läuft ihm gar nach und reißt ihm auf öffentliche Markt den Mantel vom Leibe. Die Freunde empören sich darüber und nennen Xantippe das unerträglichste Weib, das je gelebt habe und je leben werde. Sokrates aber nimmt dergleichen häusliche und außerhäusliche Gewitter mit philosophischem Gleichmut hin. Als ihn der Wasserguss von oben trifft, äußert er nur, »Sagte ich nicht, dass Xantippe, wenn sie donnert, auch Regen spendet?« Und als der geniale Jüngling Alkibiades einmal meint, »Die keifende Xantippe ist unausstehlich«, antwortet Sokrates, »Auch du lässt dir doch das Geschrei der Gänse gefallen.« Im Übrigen meint er, der Umgang mit einem widerspenstigen Weibe habe auch sein Gutes, »Denn wer mit Xantippe fertig geworden sei, werde leichtlich auch mit den anderen Menschen zurechtkommen.« Doch was tut Sokrates eigentlich, wenn er außer Hause geht? Dem äußeren Anscheine nach nichts, als dass er Märkte und Sportplätze besucht, um mit den Leuten zu schwatzen. Er ist also ein rechter Müßiggänger. Das eben ist es, was Xantippe wurmt. Statt sich um das Haus, um die Frau und die Söhne zu kümmern, statt den Beruf des Steinmetzen auszuüben, den er doch vom Vater erlernt hat, kurz, statt einen ordentlichen bürgerlichen Lebenswandel zu führen, zieht Sokrates herum und fängt mit allen möglichen Leuten nichtsnutzige Gespräche an. Mag er auch gelegentlich, wie man berichtet, auf der Straße Geldstücke finden und damit in nicht eben Landesüblicherweise zur Finanzierung des Haushalts beitragen, das ist schließlich doch nicht das Gleiche, wie wenn einer mit einem ehrlichen Handwerk seine Familie ernährt. Nicht einmal Schuhe kann er sich leisten, weshalb ihn der Komödiendichte Aristophanes barfuß auf der Bühne erscheinen lässt. Solche Genügsamkeit mag noch hingehen, soweit es seine eigene Person betrifft. Aber kann man es einem Weibe zumuten, im Anblick all der vielen in der Stadt verführerisch ausgelegten Waren, für die doch kein Denar da ist, die gleiche Gelassenheit zu bewahren, von der der Ausspruch des Sokrates zeugt, wie zahlreich sind doch die Dinge, deren ich nicht bedarf. Und kann man verlangen, dass Xantippe sich gar zu der philosophischen Höhe jenes anderen Wortes erhebe, Wer am wenigsten bedarf, ist den Göttern am nächsten. Nun ist Sokrates wenigstens in den Augen Xantippes nicht mehr als ein Herumtreiber, ein Schwätzer und ewiger Diskutierer. Er selber erblickt freilich eben darin, die einzige Möglichkeit, sein philosophisches Handwerk auszuüben. Kaum erspäht er jemanden auf der Straße, so geht er auf ihn zu und beginnt, sich mit ihm zu unterhalten. Dabei ist es ihm gleichgültig, ob sein Partner ein Staatsmann ist oder ein Schuster, ein General oder ein Eseltreiber. Er meint offenbar, das, was er zu sagen habe, gehe jeden an. Was er aber zu sagen hat, ist der eindringliche Hinweis darauf, dass es auf das rechte Denken und auf nichts anderes ankomme. Rechtes Denken nun heißt für ihn zunächst und vor allem, dass man verstehe, was man sagt, dass man sich über sich selbst Rechenschaft ablege. Denn Sokrates ist der Überzeugung, es gehöre zum Menschen, über sich selber wirklich Bescheid zu wissen. Das also ist die Leidenschaft des Philosophen Sokrates. Nur die Freunde begreifen etwas davon. So berichte Xenophon der Schriftsteller Defelter, Er unterhielt sich stets über die menschlichen Dinge und untersuchte, was fromm sei und was gottlos, was schön und was schimpflich, was gerecht und was ungerecht, was Besonnenheit und was Wahnsinn, was Tapferkeit und was Feigheit, was ein Staat und was ein Staatsmann, was Herrschaft über Menschen und was ein Herrscher über Menschen. Er fragte auch nach allem anderen, wovon er glaubte, dass diejenigen, die es wissen, Recht und Gut seien. Was also will Sokrates mit seiner lästigen Fragerei? Nichts anderes, als den Menschen dahin bringen, dass er verstehe, wie er sich verhalten müsse, um in Wahrheit Mensch zu sein. Rechtes Denken soll zum rechten Handeln führen. Das scheint dem Sokrates zu keiner Zeit so notwendig zu sein, wie in seiner Gegenwart. Mit Schrecken sieht er die Anzeichen des Verfalls im Leben der Griechen, sieht die Ratlosigkeit, in die sich seine Zeit verstrickt, sieht die Heraufkunft einer tiefgreifenden Krise des griechischen Geistes. Weil Sokrates das erkennt, liegt ihm so viel daran, dass man wieder ehrlich zu Fragen beginne. Denn Fragen heißt, sich nicht von den Illusionen in Schlummer wiegen lassen. Fragen heißt, den Mut haben, auch die Bitternis der Wahrheit zu ertragen. Diese Radikalität des Fragens, diese Einsicht in die Not der Zeit, dieses Wissen um die wahren Erfordernisse des Menschseins, das ist es, was dem Sokrates die leidenschaftliche Zuneigung seiner Schüler verschafft. Sokrates gibt seinen Anhängern gerade das nicht, was sie doch meinen erwarten zu dürfen, eine hieb- und stichfeste Antwort auf die Fragen, die sie bewegen und die er in ihnen aufrührt. Im Gegenteil, kaum hat er sie in das Labyrinth der Probleme hineingeführt, da bricht er das Gespräch ab und lässt sie stehen. So wenig wie seine Gesprächspartner kann also er selber angeben, was es denn in Wahrheit mit dem auf sich hat, wonach sie miteinander fragen, mit dem Guten und mit dem Gerechten, mit dem Menschen und mit dem Rechten handeln. Wenn man ihn festhalten will, gibt er seine Unwissenheit sogar ausdrücklich zu. Und es ist ihm ernst damit. Vor Gericht erzählt er, wie es ihm dabei zu gehen pflegt. Im Weggehen überlegte ich bei mir selber, dass ich Wissender sei als jener Mensch, denn keiner von uns beiden scheint etwas Gutes und Rechtes zu wissen. Jener aber meint zu wissen und weiß doch nicht. Ich jedoch, der ich nicht weiß, glaube auch nicht zu wissen. Ich scheine somit um ein geringes Wissender zu sein als er, weil ich nicht meine zu wissen, was ich nicht weiß. Und doch, gerade in dieser freimütig zugestandenen, in dieser wissenden Unwissenheit, besteht das eigentümliche Geheimnis der Wirkung des Sokrates. Denn darin wird offenbar, dass er sich selbst offenen Auges in die menschliche Situation stellt, zu der auch die Gefahr gehört, sich in der Unwegsamkeit des Nichtwissens zu verirren und in der Fragwürdigkeit gefangen zu bleiben. Indem Sokrates seine Schüler zu dem gleichen Mut aufruft, gewinnt er ihre Verehrung und Liebe. Auf die anderen muss er damit nur um so anstößiger wirken. Sie fragen, wie kommt denn dieser Mann dazu, uns in so aufdringlicher Weise unsere Unwissenheit aufzudecken, um dann am Ende zu gestehen, er wisse selber nichts. Ist das nicht freche Gaukelei? Und weiter. Wenn Sokrates alle so sicher gewusste, fragwürdig macht, ist das nicht Aufruhr gegen das Überkommene, auf dem doch die Sicherheit des Daseins und die Festigkeit des Staates beruhen? Bringt er mit seinem Zersetzen den Fragen nicht sogar die ohnehin schon gefährdete Religion zum Einsturz? Und schließlich, Wenn ein Mann, der selbst nichts Positives zu sagen weiß, einen so verzauberten Schwarm von Schülern um sich sammelt, muss man in ihm dann nicht einen gefährlichen Verderber der Jugend sehen? So kommt es, dass die Athener alles daran setzen, sich dieses verdächtigen Mitbürgers zu entledigen. Sie machen ihm den Prozess, sie klagen ihn der Gottlosigkeit und der Verführung der Jugend an. Es ist nicht verwunderlich, dass die Anklage durchdringt. Sokrates verzichtet auf alle Versuche, seine Richter günstig zu stimmen. Ja, er reizt sie durch seine Verteidigungsrede nur noch mehr. Als man ihm seine anstößige Fragerei vorhält, entschuldigt er sich nicht etwa, sondern behauptet kühnlich, was er tue, geschehe im Auftrage des Gottes Apollon. Und er fügt hinzu, Ich glaube, dass euch in eurer Stadt kein größeres Gut zuteil geworden ist, als mein Dienst an dem Gotte. Denn was ich tue, ist nichts anderes, als dass ich umhergehe und die Jüngeren wie die Älteren unter euch ermahne, sich weder um den Leib noch um Geld eher zu sorgen, als um die Seele, dass sie nämlich so gut wie möglich werde. Wenn ihr mich tötet, werdet ihr nicht leicht einen anderen von dieser Art finden, der, mag es auch lächerlich klingen, geradezu der Stadt von dem Gotte beigegeben ist, wie einem großen und edlen Rost, das aber eben seiner Größe wegen eher träge ist und zu seiner Aufmunterung des Sporns bedarf. So, scheint mir, hat mich der Gott der Stadt beigegeben, als einen, der nicht aufhört, jeden Einzelnen unter euch aufzuwecken, zu überreden und zu schelten. Man kann sich die Empörung der Richter über ein so anmaßendes Gebaren des Angeklagten vorstellen. Und gar noch, als er vorschlägt, man solle ihm statt einer Strafe die Ehre der Speisung im Rathaus, die höchste Auszeichnung, die die Athener vergeben können, zuerkennen. So kann es nicht ausbleiben, dass der Gerichtshof ihn zum Tode verurteilt. Als dann das Urteil gesprochen ist, zeigt sich, woher diese Manne letztlich die Kraft zu seinem Dienst an der Philosophie kommt. Man rät ihm zu fliehen, und die Freunde bereiten alles dafür vor. Er aber lehnt ab. Es sei nicht recht, sagt er, ein Leben lang an den Wohltaten des Staates teilzunehmen, um dann, wenn einem die Sache unangenehm werde, den Gesetzen den Gehorsam aufzukündigen. Denn er wisse gewiss, gesetzwidrig zu handeln sei nichtswürdig und schändlich. Nach dieser Einsicht habe er sich sein Leben lang gerichtet. Als ihn die Regierung beauftragen wollte, einen politischen Gegner auszuliefern, habe er dieses Ansinnen abgelehnt. Und als der athenische Gerichtshof nach einer Seeschlacht die Feldherren gesetzwidrig zum Tode verurteilte, habe er als einziger dagegen gestimmt. Darum könne er auch jetzt im Angesicht des Todes unbeirrt sagen, man tue nicht recht daran, wenn man meine, ein Mann, der auch nur ein wenig tauge, dürfe die Gefahr im Hinblick auf Leben und Sterben bedenken. Er müsse vielmehr, wenn er handle, allein darauf achten, ob er gerecht oder ungerecht handle und ob seine Taten die eines guten oder eines schlechten Menschen seien. Das, was er als seinen wesentlichen Auftrag versteht, Die Befragung seiner Mitmenschen und die Entlarvung ihres vermeintlichen Wissens deutet er unmittelbar als gehorsam gegen eine Weisung der Gottheit. So auch will er seinen Tod verstanden wissen. Wo einer sich selbst auf einen Posten stellt in der Überzeugung, das sei das Beste, da muss er, wie mir scheint, auf alle Gefahr hin ausharren und weder den Tod noch irgendetwas anderes bedenken, außer der Schande. Ich nun würde seltsam handeln, ihr Männer von Athen, wenn ich da, wo mich, wie ich glaube und annehme, der Gott hingestellt hat, damit ich philosophierend lebe und mich und die anderen prüfe, aus Furcht vor dem Tode oder vor irgendetwas anderem meinem Posten verließe. In der getrosten Zuversicht, dass er sein Schicksal der Gottheit in die Hände legen dürfe, nimmt Sokrates den Giftbecher in dem Geiste, von dem der Schluss seiner Verteidigungsrede Zeugnisse ablegt. Nun ist es Zeit, wegzugehen, für mich, um zu sterben, für euch, um zu leben. Wer von uns dem besseren Zustand entgegen geht, ist jedem verborgen, außer dem Gott. fucked mikrofon